Einen schönen Donnerstagabend und endlich mal wieder. Es ist lange her, dass wir ein Tier haben dürfen in der Donau 3FM-Flimmerkiste. Es ist Sibylle Gänzlen. Sibylle, ich grüße dich. Hallo. Hallo Sibylle. Und wer es nicht weiß, Sibylle Gänzlen ist die Frau, die die Filme nach Ulm holt, kann man so sagen, oder? Deswegen bist du auch bei uns in der Flimmerkiste. Sibylle, was machst du eigentlich? Also ich leite seit letztem Sommer die Filmcommission Ulm und die ist bei der Wirtschaftsförderung Ulm angedockt. Die Medien- und Filmgesellschaft in Stuttgart unterhält in Baden-Württemberg acht Filmcommissions in Baden-Baden, im Schwarzwald, am Bodensee und eben auch eine Filmcommission in Ulm. Was ist die Aufgabe einer Filmcommission? Die Filmcommissions in Baden-Württemberg unterstützen die Drehorte in Baden-Württemberg. Also nicht, dass nicht immer in Berlin oder Köln oder Hamburg gedreht wird, sondern man möchte eine Attraktivität für Filmproduktionsfirmen schaffen, hier in Baden-Württemberg zu drehen. Das heißt also, dass man nicht nur, also wenn man jetzt in München zur Türe rausgeht, da ist es ja schon ganz normal, dass da ein Filmteam irgendwo steht, sondern da ist es gar nichts Neues mehr und das soll eben jetzt auch mal hier zu uns nach Ulm geholt werden. Also wer in Zukunft irgendwie mal auf der Straße rumläuft und da ist plötzlich ein ganzer Zug abgeriegelt und da steht ein Kamerakran und irgendwelche Leute rufen, Ruhe jetzt, wir drehen, dann soll das für uns auch irgendwie mal normal werden. Und das ist auch schon passiert am Donauufer vor kurzem. Du hast schon die eine oder andere Filmproduktion nach Ulm geholt und du holst jetzt auch bald die nächste. Was steht an? Hager Moss dreht hier zum Thema Gaffer und es geht darum, dass oftmals bei Unfällen Videos mit dem Handy aufgenommen werden und die dann später im Netz landen. Also kommt ein Spielfilm-Dreh hier nach Ulm. Okay und dafür suchst du auch noch Leute, stimmt das? Ich suche tatsächlich für Anfang Mai noch fünf Komparsen, die mit ihren Autos zum Drehort kommen. Also Komparsen, die ihr Auto und sich zur Verfügung stellen, um eben die Szenerie, die im Hintergrund stattfindet, darzustellen. Macht das eigentlich Spaß sowas oder ist es anstrengend, was du da alles auf die Beine bringst, denn da kommt ja ein Ding nach dem anderen? Also diese Tätigkeit liegt mir total und das ist genau das, für das ich brenne. Ich bin Kostümbildnerin, kenne mich eben durch meine kostümbildnerische Tätigkeit auch aus. Habe auch schon für Filme selbst Kostüme gemacht, zum Beispiel habe ich für das amerikanische Fernsehen, für einen Dokumentarspielfilm Kostüme gemacht. Ich kenne einfach die Abläufe, also ich weiß einfach, was gebraucht wird und tauche dann eben immer wieder total in diese Welt ein und das ist total schön. Also die Produktion, die jetzt hier waren, die haben mich eben auch als Teammitglied aufgenommen. Also die sind total glücklich, dass sie so ein Local hier haben, dem man einfach mal kurz ein WhatsApp schreiben kann. Sibylle, wann ist in Ulm Wochenmarkt? Also dann schreibe ich halt kurz zurück, Mittwoch und Samstag und dann müssen die nicht nur jetzt sich überlegen, wen kontaktiere ich jetzt von der Stadt, um nachzufragen, wann in Ulm Wochenmarkt ist. Das sind natürlich Kleinigkeiten, aber die erleichtern natürlich den ganzen Ablauf und die ganze Planung von solchen Produktionen. Ja, weil du natürlich auch weißt, wo was zu finden ist und die entsprechenden Leute kennst. Außer die eine Produktion, über die wir gerade gesprochen haben, ist sonst noch irgendwas in der Pipeline, wo du vielleicht schon ein bisschen was sagen darfst? Also geplant sind jetzt tatsächlich ganz kurzfristig Dreharbeiten Anfang Mai von einer georgischen Filmfirma. Die hatte schon vor Corona zu mir Kontakt aufgenommen, weil die eben hier in Ulm auch einen Teil ihres Filmes drehen wollen. Und witzigerweise spielt der Film auch in Ulm. Also das ist die vierte Produktion jetzt innerhalb von einem halben Jahr, die hier gedreht wird und die tatsächlich in Ulm spielt. Also das ist eine ganz kurzfristige Geschichte und ich bin jetzt jeden Tag mit der Produzentin telefonisch im Kontakt. Und deren Schwester hat an der Filmakademie in Ludwigsburg Filmmusik studiert und die wohnt in Ulm leer. Und deshalb war eben die Idee, dass dieser Film eben in Ulm gespielt wird. Die Tochter dieser Filmmusikerin spielt in dem Film auch mit. Das coole Ding daran ist ja auch, dass wenn dann bald Ulm öfter im Fernsehen und vielleicht auch im Kino wieder zu sehen sein wird und andere Leute sehen, wie schön es hier ist, dass dann vielleicht noch mehr Anfragen auf dich zukommen. Und noch mehr gedreht wird in Ulm und du noch mehr zu tun hast. Wie läuft denn das eigentlich ab, außer jetzt in dem Fall, dass die eine die kennt und die wohnt in Ulm. Wie kommen die überhaupt auf dich? Wie kommen die Leute darauf, in Ulm drehen zu wollen? Das fängt ja gerade erst wieder an. Also interessanterweise ist es tatsächlich so, dass in München die Filmproduktionsfirmen nahezu keine Drehgenehmigungen mehr für Kreuzungen und für Straßen bekommen. Unter anderem weicht auch deshalb diese Münchner Firma nach Ulm aus, weil es eben hier möglich ist. Können wir nicht mal so einen geilen Action-Blockbuster nach Ulm holen? Weißt du, wo so ein ganzer Straßenzug explodiert und in Flammen ausgeht? So die Hirschstraße oder so. Für den Film natürlich nur, aber... Die wollen sie ja eh renovieren jetzt, dann kann man sie ja vorher sprengen. Guck mal hier, bisschen was in Null rein. Kannst du noch nicht was machen, Sibylle? Markus spielt auch mit. Ich würde mitspielen. Ich spiele den Bösen und du spielst den Held. Ja, wäre ich dabei. Aber es tut sich einiges und es ist ja auch wirklich schön zu sehen, weil ich meine, dadurch, dass ja mittlerweile fast jeder irgendwie Zugriff auf Streaming-Dienste und sowas hat und die Fülle an Sachen, die man anschauen kann, immer größer wird und sich dann vielleicht auch mal die eigene Stadt dann in so einem Teil dann tatsächlich auch wiederfindet, ist ja wirklich ein schönes Gefühl auch. Deswegen sind wir froh, dass wir sowas hier bei uns haben, dass die Filmcommission für Ulm auch tatsächlich diese Projekte hierher holt und wir vielleicht auch mal die ein oder andere Dreharbeit vor der Haustür miterleben dürfen. Genau und das ist ja auch wirtschaftlich, wie gerade schon angeschnitten, ein gutes Ding, weil die lassen ja auch Geld hier. Also in dem Team für, und ihr schaut zu, sind 45 Mitglieder. Also die Crew sind 45 Leute und dann noch Schauspieler. Das ist ein Haufen Holz. Und deswegen bleiben die auch nur drei Nächte. Wo übernachten sind denn in welchem Hotel? Hast du untergebracht? Im B&B Hotel. Ah okay, am Ehinger Tor. Okay, das wird dann demnächst belagert. Wer spielt denn die Hauptrolle? Kennt man denen, die das? Anja Schneider. Anja Schneider sagt mir leider nichts, aber wenn ich sie sehe, erkenne ich sie vielleicht. Ich wünsche ihr auf jeden Fall viel Spaß und sag uns doch bitte Bescheid, wann genau hier gedreht wird. Das wird ja nicht nur am 5. Mai sein, obwohl, wenn es drei Tage sind, ist es 3.4.5. Dann kommen wir vielleicht mal vorbei, wenn es die Zeit zulässt. Also wenn sie jetzt, wie gesagt, nochmal für die, die gerade eben vielleicht das eingeschaltet haben, sagen, ja, so Komparserie im Hintergrund stehen mit meinem Auto, das wäre super. Einfach bei uns melden am 5. Mai und wir würden das dann an dich weiterleiten, Sibylle, gell? Genau, wir bringen sie ins Fernsehen. Vielen Dank. Sibylle Gänzlin, vielen Dank für deinen Besuch. Es war mir ein Fest. Die Donau 3FM Flimmerkiste Sibylle Gänzlin, vielen Dank für deinen Besuch.